Starten wir mal die Aufnahme. Mal gucken. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Valorant Normal Games Carry mit Kuro. Moin moin. Ja, schauen wir mal wie die Runde läuft. Boah, das Spray ist schon geil, Alter. Welches Spray? Das Juro Spray. Hm, der ist nicht schlecht. Nee, geil aus. Und dein sieht einfach so aus wie irgendwas, was man gar nicht wollte. Irgendwas schlechtes. Ja, Mann. Hätten die auch besser machen können, finde ich. Den Smiley. Sieht einfach aus, als wäre da, keine Ahnung, Alter. Keine Scheiße auf dem Boden oder so. Oh, Mann. Ja, die kommen, die kommen, die kommen. Oder einer kommt zumindest. Liegt da irgendwo eine Ghost? Bestimmt. Irgendwo. Hm. Hier. Ich habe eine Ghost genommen, die sieht aus wie meine. Nice. That wasn't terrible. Wollen wir Ghosts hauschen? Ich gebe dir meine und du gibst... Oh, du hast Spectra. Ich habe Spectra Gold. Weil deinen Anhänger finde ich ganz geil. Welchen Anhänger? Warte, Ghost. Dieser blaue. Ghost habe ich keinen blauen Anhänger. Oh, das ist der Beta-Coin. Der ist aber nicht in blau, das ist weiß-grau, glaube ich. Ja, detail-blau. Könnte sein. Hey, clear. Coming. Oh, Gott, Alter. Die Forced guys. Wenn wir winnen, haben sie keine Geld für die nächste Runde. Ich habe ihn nicht mal abgegeben. Weil ich dachte, er wird nicht nochmal peaken und wartet darauf, dass Jet uns holt. Deswegen habe ich schon nach rechts geguckt. Geguckt. Mann. Ge-guck. 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 Oh nein, das wollte ich gar nicht. Start your life. Schaust du das denn nicht mal? RIP. Das wollte ich auch nicht. Nein, Spaß. Ich denke, das werden aber auch noch Rage A kommen. Bleib doch mal hier, ich gehe schon mal. Nice one. Keep it going, bro. Get out of my way. One more. I see someone. Enemy spotted. Where is everyone hiding? Here. Komm zurück. Willst du mich auch? Oh mein Gott. Komm, Ace, Ace. Bro, Ace. He was B. He was B behind you. In window. See? Behind you. Nice try, Ace. The dimensional fabric here is dead. Warum hast du seinen Ace geklaut, digga? Voll unfair. Der hat mich geschossen, der hat erst zu mir gekommen. Where are you from, my friend? From deutsche Bürgerland. Ah, du bist ja sein Abi, Bruder. Hat man direkt aus seinem Akzent gehört. Now, where to set up shop? Hey, hey. Oh, hinter mir. Along, along, along. Both are along. Und? Die Granate hat doch gesessen, oder? Ja, die war so gut. Die war richtig gut. Anscheinend nicht gut genug. Ah! Noch einer, noch einer, noch einer. Komm, hast du. Nice, Bro. Digga, das war so geil. Er holt einfach vier Mann. Ich bin einfach der Beste, digga. Einfach der Beste. Allerechte, bitte. Der Allerechte kann mir jetzt auch bestimmt legen. Du hast 6000, dankeschön. Du warst es zwar nicht, aber danke trotzdem. Bitteschön. Digga. Ey, so langsam komme ich mit der Phantom klar. Also, wie man sprayen muss, damit der Gegner auch gehütet wird. Wenn der schon weit weg ist. Ja. Der soll eigentlich auf dem Boden zielen, wenn der Gegner vor dir ist. Ja, was heißt auf dem Boden zielen? Du musst halt mit Kopf anfangen und dann schnell runter. Ja. Ich denke, der ist safe. Anscheinend nicht. Der ist low. Lass mich den holen, bitte. Ja, mach das. Mein Ace, mein Ace. Versuch mich zu können, digga. Oh, hinter mir. Oh. Da kommt der von A, alter. Miese. Hauptsache nach Dropfragen, wenn man 4000 hat. Komm, leg mal bitte. Du hast sieben. Dann haben wir beide genug für nichts. Ich wollte den Ace fassen, digga. Ich weiß, ich weiß. Ich habe es ja gesehen. Wir wussten ja nicht, wo der ist. Deswegen, das war blöd. Hm, na. Kann man nichts machen. Egal. Wir schaffen noch einen Ace in dieser Folge. Ich denke, wir beide hatten schon viele Kills, digga. Ist da noch einer? Hm. Ja, diesmal ist das meine Runde, alter. 10 zu 1. Ja, man. Letztes Mal hast du auch 13 zu 0 oder so. 13 zu 1 hatte ich. Gestern. Allein jetzt ist für mich... Kaum drei Kills mehr. Für mich reicht das sogar. Jetzt ist 10 zu 1, weil du zweistellig und nur ein Boot. Wir müssen mal zusammen echt Rankage starten eigentlich. Das wird auch mehr angeguckt. Ja. Wir müssen echt mal zusammen Rankage spielen. Ja, man. Weil so langsam, denke ich, bist du auf jeden Fall ready. Ja. Nur du magst das halt nicht so, deswegen frage ich nie. Wir können es ja mal zusammen probieren. Ja, wir können mal gleich eine Runde probieren. Aber ich muss ja erst in meinen Ranked Games machen, ne? Damit ich überhaupt Ranked bin. Da weiß ich nicht. Könnte sein, dass wir jetzt schon zusammenspielen können, weil ich nur Silber bin. Gerade. Warte, einer kommt. Ich vielleicht rein, du gehst rein, okay? 3, 2, 1. Go. Nochmal. Go. Ach man, der mit seinem scheiß Rechtsklick ult, alter. Jet ist so fucking broken, man. Der one-hitted einfach mit Rechtsklick. Der muss nur treffen. Egal, wir haben trotzdem gewonnen, oder? Ne, wir haben verloren. Ne, wie denn? Wie sollen wir gewinnen? Ja, ich habe gerade gedacht, wir sind angreifer, weil wir vom Spawn gekommen sind. Aber ich habe jetzt Ulti-Ready, wir könnten was Aggressives starten. Ich habe auch Ult. Ich gucke mal, ob die A sind, dann sage ich dir Bescheid und dann ultest du rein. Ja, ich würde eigentlich erst einen Hobbit da reinschicken, weil die sieht ja dann, oder die werden abgeschossen. Ne. Die schießen das meistens direkt weg. Und dann weißt du nicht, wie viele da sind. A ist clear. A clear. Ich gehe direkt C jetzt. All C long. All C long. Come on. Der ist hier links irgendwo. Up. Wow, wake up please. Danke, danke. Everyone note down your observations. Then let's run it again. 13, 2, Digga. Nice. Na, geht doch so langsam. Nice. 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 Bei dir auch 10, 6, Digga. Das ist das letzte Mal. Wie bitte? Ey, das ist das letzte Mal. Letzt Mal warst du 3, 3 irgendwas, Digga. Ich will nicht darüber reden. Wie sagst du? Zweiter Platz, Digga. Alles gut. Ah. Ey, ey, ey. Er pusht mich beim Nachladen. Short kommt auch einer. Ja. Short, äh. Digga. Genau so hat er mich auch getötet beim Nachladen. Der Handel, Alter. Noo. You will not kill me by my knife. Komm zurück. Go, Gia, Gia, renn, renn. Ah. Alla. Alla. Also Leute, jedes Mal, wenn ich Leertaste drücke, wird mein Spiel minimiert. Wieso das denn? Keine Ahnung, ich habe irgendwas in mir zu sehen. Spike plantet. Guck mal schnell bei den Einstellungen rein. Ja, einmal, dass ich auch so eine gute Runde habe, irgendwie. Boah, ich müsste eigentlich mal C gehen, war. Ich gehe mal C, ich habe Operator. Ah, Digga, ich will nicht alleine A sein, gerade. Oha. Hat der Vollschiss. Ja, weil beide von beiden Seiten kommen können. So wie eben. Ja, was soll ich machen? Cyphers Aufgabe. Was soll ich machen? Einer muss ja C def. Mitte, 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 Mitte. Nice, man. Shit, uns. So. Kannst du es kaputt machen? Danke. Digga, die ist so low. Wie bitte? Wie habe ich die nicht getroffen? Ey, ich schwöre dir auf alles, mein Fadenkreuz war auf ihrem Kopf. Ja, bei mir auch. Ja, also low. Ja, da ist der, da, 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 da. No, he was low, bro. Der hatte gar nichts auf den Kopf geben müssen. Warum hat der überhaupt nicht mit Dings geschossen, mit der Phantom? Ja, verstehe ich auch nicht. Er hätte nachladen können, oder? Ah, egal. Einmal eine Runde Eco, geht fit. Ich muss nachher rundenauern. Erstmal einen Schluck trinken. Stimmt, gute Idee. Ah, Cola, der beste. Was ist der beste? Nein, Mann. Doch. Nein, Mann. Ich will nur nicht gehen. Ich denke, da alle C long zu sein. Die gehen mit Hass auf C. Oh, dich habe ich getroffen, mein Lieber. Dich habe ich getroffen. Die gibt mir einfach einen Headshot. Wow, wow, wow. Schaffst du. Na, ich schaffst du, sagt er. Nicht, wenn ich solche One-Taps kriege. Genau dann, wenn ich links gucken will, kommt sie, weißt du. Da habe ich so lange abgeengt. Scheiß Window. Mann. Dann gehe ich halt C. Ja, ich gehe auf C, egal. Oder lass double, ja, lass einfach zu 2C. Cypher, kannst du A gucken? Danke. Alles was du holen. Oha. Oha. Hat er nicht gesagt. War der nicht, der fast einen Ace geholzt hat? Ja. Ja, gut, jetzt 6 zu 9, Digga. Läuft doch nicht mehr so bei jedem Fall, leider. Woher weiß der, dass ich da bin? Das ist so dumm, dass ich von so einer Scheiß selber geholt werde. Die Eileen wird erstmal reported von mir, wie viel cheaten. Ich weiß, die spielt 2-9, aber die hat mich gerade geprefired. Und schlechte Hacker gibt es auch. Soll die mal schön gebannt werden. Ich glaube wohl kaum, dass sie einen 360-Hertz-Monitor hat. Nice, Bro. Dein Aim ist richtig krass. Mach weiter so. Was hat der gesagt? Der hat gesagt, es war Zufall. Digga, wenn du noch was Gutes gemacht hast, dann mach dich auch nicht noch schlecht. Ist wirklich so. Kannst auch ruhig mal Props annehmen. Musst dich nicht selbst schlecht machen. Also ich glaube, der hat seinen Tiefpunkt erreicht, wenn er was Gutes macht und sich selber schlecht... Na, es ist wirklich so. ...ist einen Tiefpunkt schon erreicht. Da kann man nichts mehr ändern. Spikes hier. Der hat sich gestern auch glaube ich. Warum? Na, woher war es ganz am Tiefpunkt hier? Da habe ich nur gesagt, ich bin scheiße gerade. Aber da habe ich auch nicht gut gespielt. Also es geht sogar noch klar. Jawohl. Was ist die Mitte oder so? Oh mein Gott. So, und das Todeskassierte Typ. Kannst du, damit ich Spike holen kann, Zayden? Ach, wie denn? Ich bin selber Loader und der steht da. Nade. Nade, 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 nade. Nade doch, Bro. Der weiß doch, dass du da bist. Na, egal. Warte. Oh, ich habe 23 KP oder 22 KP gehabt, Digga. Was ist das denn gewesen? Na, das war echt. Miese Brise. Aber ich habe trotzdem zwei geholt mit 22 KP, Digga. Ja, das stimmt. Das stimmt. Den einen habe ich sogar einen Turn angegeben. Und ich war völlig lost schon wieder. Obwohl, ne, ich habe auch einen Kill geholt, glaube ich. Oder? Keine Ahnung. Boah, ich habe mir so einen Headshot gegeben. Jet ist hier irgendwo. Ich bin da und spawnen, spawnen, spawnen. Oh, Digga. Da ist seine Waffe, da ist seine Waffe. Ich habe seinen... Egal, egal. Oh, der ist hinter uns, war klar. Schon wieder. Minus 22, Bro. Na, verstehst du jetzt, was ich meine nicht auf Fuß zielen? Weil da machst du weniger Schaden. Fang so Brust an. Dann gehst du schneller auf Top. Was macht der? Der hat 22 KP gehabt, Digga. Der Brim hat 22 KP gehabt, Digga. Von mir hat der auch 26 bekommen. Ja, dann hat der 1 KP gehabt. 1 KP hat der. Ja, mein Ziel ist 20 Kills. Mehr durchsammisch. Oha, warum nicht? Ja, also mehr, also mein Ziel ist 20 Kills. Wenn ich es erreicht habe, dann auf 30 Kills. Ich will das immer noch so Stufen. Erst 10, dann 20, dann 30. Time to jump. Enemy spotted. Reloading. Surprise. Shadows. Bein plantet. das war richtig nice alter ich hab ich bin extra hier lang gerannt und dann habe ich die die gegner markiert wo die sind von seiner ganzen familie die ähre genommen die ja das erzähl du erst mal zwei leuten turn on headshot gegeben ich hab die joro ult normalerweise benutzt man die um der hinter den hinter die gegner zu kommen und ich hab die diesmal ausnahmsweise mal benutzt um info für mein team zu bekommen war auch sehr interessant es hat so gut funktioniert ja unfassbar hat euch gut funktioniert wie war das kein kill ich hab ich denke mal der letzte ist heaven oder safe aber ich habe meine hull so reingeschossen und kein getroffen angeblich das war so dumm siehst du 20 hast du geknackt jetzt 30 jetzt 25 25 ist easy digga noch 4 kills das schaffst du ich sag nie easy weil sonst verkack ich guck mal das passt sogar doch man ich wollte gerade flaschen schade der omen snipet richtig gut alter der cypher ist so clean der drückt one taps rein das problem ist c-long wird immer geschlossen das heißt wir müssen wenn dann hier jetzt double doors einsnipen mal gucken die pushen c-long oder ne omen war das sage double doors right side omen omen right side sage ist da ich plane schon mal ach ich hab die bombe gar nicht go plant go plant killjoy we have bombed nein nein das haben die töten digga komm 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 faster ich hab grad so headshots kassiert nur von dieser ults vom jet also so wie du one tap skips würde ich sagen du bist diamond 1 also deine one taps sind auf jeden fall diamond 1 niveau da musst du vielleicht an den anderen sachen arbeiten das ist kein witz ich bin platin 3 das war kein witz ich war platin 3 zu diamond 1 last season und wenn ich das schon sage dann hat das was zu bedeuten zu bedeuten oh killjoy why you die with spike bro weil ich kein platin bin weil ich nur bronze blöck bin kein problem ich vergebe dir du wirst die hardscope die elende die hardscope die hardscope die hardscope ich bin sogar noch gejumped ja du warst aber noch zu sehen ich gebe dir mal den spike ich gebe dir mal den spike das ich sie her die 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 hier der Pushing B ist klar lass auf C gehen die wird auf A gehen ich werde das zu tun ich werde das zu tun ich werde zurück ich werde das zu tun dein echte Verständnis ist die Beste zu verabschieden füge mich auf Wenn du wüsstest, was ich gemacht hab. Ne, mach's. Ich bin mit der Ulti bis vor Jet, bis sie mich sieht. Bin ich zu ihr gegangen, hab sie angesehen, dann dreht sie sich um. Folgt mir. Ich drehe mich um die Ecke um und kipp der One-Tap mit der Piste. Ich hab die genommen, aber sowas. Kannst du Spike holen? Pull Spike, pull Spike. D-Coin. Geh auf A flenden, geh A flenden. Ist sie, ist A oder jemand? Nein, sie war B. Wird jetzt entweder von Double-Dose kommen oder B. Siehst du sie? Oder hörst du sie? Die ist bei mir auf jeden Fall irgendwo. Okay, warte. Warte, ich hätt die Messern können. Schade. Egal, GG. Auf zur nächsten Runde. Oh, 24 Kills, egal. Einen Kill hat mir gefehlt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part. Haut rein. Einen Kill hat mir gefehlt.